dring mich nicht weg du arsch loch um mein gesicht was soll das hier habe ich platt gemacht ist doch unnatürlich ja komm her alter komm doch mal her wir hatten gesagt dass ich mit euch beiden bekanntschaft machen will her kannst du nicht ohne deinen freund ja jetzt ja aha also wenn ich jetzt abkratz ich habe angst vor skeletten gut spinnys okay kümmer mich lieber erst mal um den zombie das gefährlicher hallo haben sie gewusst dass sie sterben hallo haben sie gewusst dass sie meine aufnahme sind nein hallo tot mit epischer musik das hat prima geklappt ich bin stolz super noch besser so versuchen ganz toll so wie es war so ein stück niedriger so ja da kommt der hier flogen dann waren denen jetzt auch ja ich mache gleich aufnahmen pause gleich in fünf jahren auf Gut. Was war das denn gerade für ein Leck? Oh! Äh. Naja. So wird das nicht. Wir brauchen nur irgendwas anderes oder so. Ähm. Ich will es nämlich. Wir haben nämlich einen Raum vergessen. Da werde ich jetzt mal hingehen. So. 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 Nein. So knapp. So knapp. Und dann sind wir eiskalt abgekratzt. So kann man das stehen lassen. Puh. Puh. Ach. Hier ist es ja. So. Was erwartet uns hier? Creeper. Die warten jetzt nicht von mir, dass ich die hier rauslasse. Gut. Da soll ich reingehen. Äh. Geht mein Arsch. Vielleicht frei. Was? Okay. Schnell raus. Nein. Leck mich am Arsch. Ihr Mistviecher. Wenn ich sprinten könnte, könnte ich euch wenigstens zurückbäschen. Nein. Jimmy. Warum nur? Torsten. Du bist tot. Ich bin Torben. Ähm. Ähm. Welche Tür war es denn? Welche Tür war es denn? What the fuck? Welche Tür war das denn? Okay. Erstmal runter den Hebel. Alter. Boah. Die auch nicht. Die auch nicht. Wo ging es denn hier lang? Boah. Alter. Bin ich erschrocken, ey. Mann. Willst du mich verarschen? Ach, da hinten bestimmt irgendwas. Ich lass die da mal weitermachen. Triff mich und du bist tot. Hm. Vielleicht. Verdammt. Okay. Johnny! Oh. Die wachten mich gar nicht. Cool. Hm. Welche Tür hat es nicht geöffnet? Jedenfalls nicht die. Mann, welche Tür ist denn jetzt aufgegangen? Verdammt. Verdammt. Hä? Ist das die? Hä? Die ist zu. Ich muss nochmal gucken hier. Welche Tür war es Hilfe? Hm-m. Die nicht. Hier geht es nicht weiter lang. Oh. Hä? Hä? Das ist mich verwirrt. Hm. Ich geh mal erstmal wieder hier lang. Irgendwie zurück. Ähm. Ja. Ja. Ja, natürlich. Alles klar. Ich hab grad ne voll geile Idee. Komm, ich will mal so'n Block haben. Das geht wahrscheinlich auch nie, oder? Warte mal. Jetzt! Ne, das geht nicht. Schade. Ja, sterben. Meine Lieblingsbeschäftigung. In Adventure Games. Sterben, das macht Spaß. Da wisst ihr, was lustig ist. Einfach Zelda zocken und sterben. So ungefähr. Wisst ihr, dass... Da, da... Boah. Das lohnt sich. Wirklich. Ja, seht ihr? Oder ihr fallt einfach mal nach hinten runter. Weil ihr... Pfff... So... Kacke seid. So, seht ihr? Das ist... Echt geil. Das ist alles... Pfff. Ja. Er geht mir so auf den Sack mit den Sprung einlang. Ihr beschissenen Entwickler. Wirklich. Alter, ey. Steckt die dir da sonst wo hin, ihr? Alter, ey. Ihr seid... Ihr seid... Wiss ich nicht. Ihr seid kacke. Ich hasse euch. Wo geht's hier lang? Komm hier nicht rüber. Ist das die Tür, die hier aufgegangen ist? Ja, hier hinten? Würdest du mich verarschen? Ui. Ui. Geil. Geile Scheiße, Alter. Ah. Jetzt fällt da bestimmt was raus. Oder so. Nehmen sich da Blöcke. Krass. Oder Leute? Öh. 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 Die wollen uns killen. Der Raum wird geflutet mit Sand. Hilfe. Ich treff die Mistwicher nicht. Ich brauch Sand. WTF? Ah. Geil. Das ist cool gemacht. Öh. Ich hab ein bisschen zu viel Pfeile geworfen, oder? Ey, geworfen. Ja, geworfen vor allen Dingen. Geschossen. Nein, nein, nicht, nicht mich. Ich möchte nicht sterben. Aua. Wuh? What? What were these? So. Ah, ich verstehe schon. Okay. Alles klar. Hui. Hui. What? Huli Buli. Bomben. Wir brauchen bestimmt gleich Bomben. Boas. So, ich mach jetzt, äh... gleich eine Aufnahme-Pause. Geht nicht auf. Ja, jetzt nehme ich doch schon wieder ein bisschen länger als halbe Stunde auf. Eine Stunde, aber... Hm. Passiert. Na und. Wirst du mich verarschen? Hm. Endlich. Wo geht's hier raus? Oh. Na, komm, den Endgegner nehmen wir jetzt noch mit. Also, ich will Gott sagen, bleibt die Spannung für das nächste Mal, aber so viel wie ich in letzter Zeit hochlade, beziehungsweise täglich, und ich will auch versuchen, dass das so bleibt, denn bleibt da ja keine Spannung, dann kommt ja das Video schon am nächsten Tag. Vielleicht schneide ich sowieso so, dass der hier weg bleibt, dass denn die Spannung sowieso... Bleibt da mal seid ihr bereit! Für den... Nächster Impost war, aber es sind zwei Spinnen, ist das Kalkor. Nein, wir müssen erst mal in den Raum gehen, weil es ist hier der Vorbote der Hölle gewesen. Wow. Oh. Neue Musik. Uns erwarten hier Fledermäuse. Skelette. Coole Musik. Von... Keine Ahnung, welchem Zell da. Doch, ich weiß es. Bin mir aber nicht sicher. Ja, sehen fallende... Ey, sag mir nicht, dass der Raum jetzt geflutet wird. Also mit Sand. Puh, Rundumschlag. Schade. So was könnten sie hier noch einfügen, den Rundumschwert-Hieb. Alter, leck mich. Kütz mich mal. Ach ja, Righty vs. Lefty ist okay. Brauchen wir nicht so viel machen. Alter, wie die Fledermäuse eben auf den Wecker fallen. Das macht die Spinne da für Tonübungen. Die will hier auch raus. Piep. Ach, Herzen. Aua. Oh Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Ich hab dir gar nichts getan. Hö. Alter, wie hier alles voller Pfeile ist, ey. Endlich. Gast. Der Entgegnet ist ein Gast. Den kenn ich jetzt aber so aus nem Zell da nicht. Boah, komm, der Sound von dem Geschieße ist so laut. Alter, meine Maus hängt, leck mich. Schieß. Aua. So, das ist nicht so geklappt. Ach, egal. Oh, okay, das war ein bisschen daneben. Oh, Leute, die Endgegner. Boah, die werden immer härter. Ist euch das schon aufgefallen? Also der Skelettfosser ist jetzt am schwersten. Boah, der war so hart. Bin begeistert, du. Da, 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 da. Zurück in die Zukunft. Boah, wie cool, der sind schüttende Handheld, oder? Voll realistisch. Also so kann man natürlich nicht abwehren. Ah, hier ist der Ausgang. Krasse Scheiße. Ah. Eine Explosion. Gelber Stein. Den es immer gibt im Handel. Idiot, ne? Wow. Also die Videosequenzen sind auf jeden Fall geil. Es sind Creeper in der Nähe. Zack. Boah, die Videosequenzen sind gut gelungen. Musik gut gelungen. Gegner gut gelungen. KI. Muss man auch dran pfeilen. Ansonsten alles 1A und mega geil. Hallo Tingle. So, dann verabschiede ich mich mal hier. Ja. So, dann verabschiede ich mich jetzt hier. In dem schönen Laden hier. Und würde sagen... Hmmmm... Bis zum nächsten Mal.